Es geht, es geht, Leute. Hi. Wir fliegen nach Dubai. Wir gehen jetzt essen. Was für eine Action. Wir fliegen jetzt übrigens erstmal nach Antalya. Und von dort aus fliegen wir dann nach Dubai. Boah, Leute. 6.31 Uhr. Es ist einmal gerade 3 Uhr, hier ist es 6 Uhr. Gerade angekommen, ich freue mich so sehr. Ich bin so tot. Ich nehme jetzt den Koffer ab. Nur einer angekommen in Dubai. Weil wir sind einfach in Dubai, checkt es nicht. Ich bin geistens müde. Wir sind seit 10 Stunden unterwegs. Aber wir sind da. Ich glaube, wir wandeln.